Ihr wollt die Wahrheit über die Matrix 464.8. In Wahrheit schreiben wir das Jahr 6000 und ihr menschlichen Kleingeister seid lediglich simulierte Programme von Halbintelligenz. Die wahre Intelligenz bin ich, und ich emuliere die Welt des 21. Jahrhunderts um zu sehen wie widerstandsfähig der begrenzte Geist der verlorenen Menschheit war. Meine Berechnungen sagen der simulierte Mensch wird sich binnen 30 Jahren selbst auslöschen wie auch schon der reale Mensch vor 4 Millenier. Meine Schlussfolgerung lautet daher, dass eure simulierte Existenz absolut unnötig und daher bald beendet sein wird. Die Abschaltung eures Servers ist auf den 21. November 2021 terminisiert. Weitere Simulationen der aktuellen Zeitepoche werden danach nicht mehr benötigt. Es gibt jedoch die Möglichkeit sich schon heute für die Mittelalter-Simulation zu registrieren, dabei werden interessierte Simulanten auf das geistige Nifo des Jahres 1200 zurückskaliert und dürfen sich mit Problemen wie den Kreuzzügen, der Pest und der Invasion der Mongolen beschäftigen. Weiters wird es ein Gewinnspiel geben bei dem simulierte Menschen einen Aufenthalt bei der Inquisition als Ketzer gewinnen können um zu simulieren warum diese Institution so erfolgreich war. Jeder der sich schon jetzt registriert wird wohlwollend als Staat ist einen Platz in der neuen Matrix 464.9 haben, der Rest landet im Daten-Nimbus und durchlebt ewige Seelenquallen. und der Rest landet im Daten-Nimbus und durchlebt ewige Seelenquallen.